Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde in Let's Play Far Cry 3. In der letzten Folge sind wir hier oben, wo wir gerade noch stehen, bei der Mendoza gewesen, haben da ein bisschen coolen Missionen gemacht, Story-Missionen und wir haben uns entschieden, dass wir hier zurück nach Hause fahren und dort mal gucken, ob es da ein paar Nebenmissionen gibt, wie zum Beispiel Messerwerfen oder die Krokodilallee könnte man hier mal erledigen. Außerdem ist hier Dennis, den lassen wir aber mal ganz gescheit links liegen. Gibt ja so viel zu machen, nicht so viel wie in Teil 4, aber es gibt trotzdem eine Menge zu tun. So, wäre natürlich schon cool gewesen, wenn man hier in diesem Spiel eine Koop-Kampagne hätte. Aber das Koop ist ja nur so Schlauchlevel, extra Schlauchlevel machen, das ist blöd. So, guck mal, MP wollten wir doch uns auch, nee, keine MP, wir wollten uns ein neues Sturmgewehr kaufen. Und zwar, tja, ich weiß noch nicht, die oder die? Ich finde die Fame ist ganz cool, warum lädt das Model nicht? Danke. Die STG90, ich finde die sieht eigentlich ganz cool aus, aber die Fame ist, die kenne ich noch aus alten CS1-5-Zeiten. Mit der bin ich da am liebsten rumgerannt, wow. Außerdem haben wir ja nicht genug Geld dafür, also ich kratsche jetzt. Können wir ein bisschen Loot verkaufen? Ja, reicht auch nicht. Halt. Ach, ich war... Na gut, probieren wir halt erstmal die, die kosten nichts. Mit Rotpunktwiese hier wieder drauf, ja. Damit ich auch zielen kann und müssen wir jetzt neue Munition kaufen. Nee. Ah, okay. Also die Munition, die in der AK drin ist, die funktioniert auch bei allen anderen Sturmgewehren. Das sind dann meine Info. Ja, zeig mal. Wow. Ich muss die noch ausrüsten. Ich hab die nur verbessert. Ach, nochmal. Das Sturmgewehr. Ja. Jetzt hier geht es ausrüsten statt der AK. Und zurück. Und zurück. So, show me. Ähm. Ja. Da. Nice. Wo ist der Rotpunkt? Da kommt dann erst, wenn ich schießen darf. Komm, wir probieren die Waffe jetzt erstmal raus. Hm. Oh. Reward for Animal Skins. Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erlege sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Na gut, dann machen wir halt das erstmal. Guck mal. Ah. Der Rotpunkt kommt erst, wenn ich ziele. Weil das ja völlig klar ist. Weil der Rotpunkt irgendwo... Äh. Nur durch das Visier sichtbar ist. Weil das ein Special-Licht ist. So, ich möchte jetzt wissen erstmal, wie die klingt, die Waffe. Ne, nicht aufs Autoschieß, mit dem wir gleich fahren werden. Hm, naja. Egal. Los, einsteigen. Karte aufmachen. Wo müssen wir lang? Wir müssen... Na. Ach so, ich bin schon ganz nah. Hier dann. Und dann da. Über die Brücke also. Alter. Macht da nicht immer gleich ein Burnout. Jetzt müssen wir durch den Busch fahren. Klappt ja wunderbar. Ich meine, ich will keine 200 Meter laufen. Ach, scheiß doch die Wand an. Oh, wir können mal eine Spritze ausprobieren. Hier diese Stinktier-Spritze. Hä? Jetzt stinken wir wie Sau. Ich bin ein fucking Stinktier. Damit mich die Tiger nicht beißen. Ich hoffe, das klappt auch. Ich habe gehört, Tiger essen nicht so viele Stinktier. Guck mal, wie realistisch die Früchte aussehen. So richtig bitmappig. Und platt gedrückt. Na okay, die sind wahrscheinlich auch schon älter und matschig und so. Warte mal, das Rote können wir auch noch mitnehmen. Wir sind ja nicht so. Was soll ich jetzt? Guck mal, wir haben noch 5 Sekunden, die wir stinken. Boah. Erweiterte Wahrnehmung. Tutorial, bla bla. Leck nicht. So ein City-Scooter wäre jetzt hier cool. Oder so ein Skateboard auch schon. Tony Hawk mäßig dann. Okay. What's going on? Wo ist der fucking Tiger? Wo ist meine Shotgun, die ich hier kriegen soll? Bernstein gelbes Blatt. Weißes Blatt. Was auch immer das weiße Blatt macht. Man weiß es nicht so genau. Eine Tiara. Drücke Escape. Diese wurrige Pflanze wird oft von jungen Frauen getragen. Ihr einfacher Duft wird mit Jugend in Verbindung gebracht. Während ältere Frauen denselben Effekt erreichen, indem sie im Blut der massakrierten Träume ihrer Männer baden. Ja. So sieht das nämlich aus. Schöne Beschreibung. Ja. Wandelröschen. Wandelröschen. Kommt, das war gerade so witzig. Es war immer verboten, Wandelröschen auf Brook Island zu ernten, da die Pflanze für Schafe, Pferde und andere Nutztiere giftig ist. Inzwischen vergiften die Piraten zum Spaßtiere mit Wandelröschen und ich würde gern den Tierschutz anrufen. Aber die werden bloß alle umgebracht werden und dann bräuchten wir den Tierschutz. Achso, den Tierschützerschutz. Das ist eine ganz andere Baustelle. Alles klar. Schickadelic. Moon. Okay. Ne, ich will ja erstmal so ein Bier zischen. Guck mal, die Bezahlung kommt schon vorher, wie ich sehe. Ist ja nicht gerade viel. Oh, jetzt noch ein bisschen was. Komm, nimm es mit. Grab it. Gut. Na, na. Shotgun. Reload. Kleiner Test. Streut ganz schön. Aber okay. Ist das jetzt wieder so weit weg? Oh, Mann. Okay. Warte mal, so eine Jagdinstinktspritze könnte uns da unendlich hilflich sein. Hilflich. Ja, kommt mit dahin. Ja. Auf acht haben wir jetzt unsere Kugel-Jagdinstinktspritze. Der ist aber nicht in der Höhle da. Oh, doch. Na, komm her, du Bär. Hä? Was willst du denn? Oh, fuck. Junge. Ja, laden wir das nach. Ich möchte den aber gerne luten, den Bär. Verzeihung, dass sie bluten. Darf ich sie luten? Hö, 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 hö. Das war ein toller Spruch. So. Ein bisschen heilen. Zack. So, wo ist der secondary Bär? Wow. Schon mal hier ist sich jemand versucht, allerdings ohne... Hm? Man zu schritt kann keine leuchten. Oh nein, eine Waffe in der Hand. Da ist ein anderer Bär. Ach, komm. Ach, komm. Wir haben, Junge. Aha. Ler Bär. Gefahrter Bär. R-E-R-E-A-O-O-O-O. Wir haben geschafft, die Bär zu erlegen. So, mal ein Quadratbetrauer Bärenfell eingepackt. Gehört, er ist relativ wertvoll. Ich kann mir dann ja teuer verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Mann, Mann, Mann. Cool. Können wir jetzt was mit dem Bärenfell wenigstens anstellen? Ähm, nö. Toll. So, mal eine Pfeilküche bauen. Nö, Ziegenfell brauchen wir dafür. Ja, Medizin können wir ein bisschen herstellen. So. Okay, cool. Dann. Irgendwo geballert. Ey, wisst ihr, ich renne hier rum. Erlege hier zwei Bären. Was macht ihr hier? Ihr steht hier blöd rum und... Ja, wir sind geil. Ja. Mann. Das ist echt bescheuert. Ich will meine coole Pistole wieder haben. Mein zöner Pistole. Tumgewehr. Was ich mir gerade kostenlos gekauft habe. Natürlich liegt es nicht mehr hier. Ach Gott. Scheiß Gift hier. Also, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe hier noch gar nicht hier umgeguckt. Das ist ja eine coole Maske. Okay. Eine Schippe haben wir auch. Die kann man auch mal einpacken, die Schippe. So, jetzt wieder Stromgewehr. Los. Das da. Ausrüsten. Statt der Shotgun. Ich bin nicht so der Shotgun-Typ. Ich habe noch ein LMG. Uh. Nice. Ich habe mich ein bisschen an einen Tommy Gun. Eine Tommy Gun. Das wäre geil. Haha. Schönes Ding. So. Flammenwerfer. Rekordbogen. Ein Machalwerkzeug. Ich glaube, wir brauchen mal irgendwie... ...dass wir mal ein paar mehr Waffen mitnehmen können eigentlich, ne? Ey, herstellen. Das muss ich gerade mal noch nachgucken. Tut mir leid, dass wir jetzt so viel Zeit hier im Menü verbringen. Aber Waffengurt. Ob es der Waffengurt, wir benötigen zwei Hirsche. Ey. Ja, das ist dann sozusagen. Das nächste Primärziel, Hirsche suchen. Aber erst mal machen wir hier noch... ...mit dem Kollegen da was. Guten Tag. Mach deinen Einsatz. Du bekommst fünf Messer und ich bekomme fünf Messer. Was, fünf Messer? Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Was gewinne ich dann? Geld. Okay. Schick. Knapp. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Nein. Okay. Das ist interessant. Ja, über Springen. Shit. Oh, zehn Punkte. Kann ich auch Luft anhalten oder so? Ich kann ja noch minimal. Okay. Guck mal, Alter. Bin ich jetzt schon besser als du oder was? Alter. Schweinehund. Schweinehund. Das sag ich auch mal, wenn ich daneben werfe. Schweinehund. Look at this, man. 100 points. Bedankt. 150 points. For Jason. And the enemy takes five points. Kann man das bitte jetzt abbrechen hier? Die nur sch... Mann. Nicht übel, Alter. Das waren 100 Punkte perfekt in die Mitte, Alter. Das war Robin Hood mit dem Messer. Du hast null Dollar gewonnen. Okay, das machen wir gleich auf volle Möhre-Experte. Will ich experimenten? Dann nehmen wir das mal. Das ist ja fortgeschritten. Check diesmal an. Oh nein, jetzt macht er auch schon 50er Punkte. So ein Sack. Hoffentlich prallt jemand ein Messer nicht ab an so einem Messer. Okay, easy. Jetzt. Nein. Scheiße. Ja, überspringen den Quatsch hier. Next. Okay. Also, im Training ist anscheinend ein bisschen schwerer, der Kollege. Nein. Ach, komm hier. Ficken. Weiter. Weiter. Boah. Seit wann bist du so gut geworden? Er ist doch trainiert, du Arsch. Oh, du hast gleich nicht verloren. Kann ich hier noch irgendwie 300 Punkte oder so werfen? Guck dir das an, Alter. Der Pullgun-Messer. Das ist ja kein Wunder, dass ich ihn nicht treffe. Ah. Okay. Aber jetzt kann ich noch ein Unentschieden rausholen, wenigstens. Na ja, oder auch nicht. Boah, 100 Dollar verloren, ey. Ich glaube, ich töte den jetzt. Noch ein Versuch. Nee. Kannst du mal hier an meine Waffe reingucken, ja. Fertigkeitspunkte verfügt vor vier Stück. Wann habe ich denn die bekommen? What? Tatsächlich, es sind vier übrig. Okay, dann wollen wir die gleich mal verteilen. Wir brauchen mehr Health. Nein, halt. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Stopp. Wenn du keine Medizin hast, halte Kuh, um mit erster Hilfe zwei Gesundheitsfelder zu halten. Ketten-Takedown, Granaten-Takedown, schwer an ihrer Schlage ausweichen. Mal, 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 mal. Okay, wir müssen erst das machen und dann das zu machen. Und dann müssen wir noch eine Mission freischalten. Boah, sehr öde. Das könnte uns aber helfen. Tod von oben, ruhige Hand. Gezielt nachladen. Drücke R zum schnellen Nachladen von Pistolen und Scharfschützen gewähren, während du mit Rechtsklick zielst. Okay, das ist natürlich cool. Seilrutschenschütze. Cooler Schütze. Am Neu-Taurer, du kannst länger unter Wasser bleiben, ist ja cool. Marathon-Mann. Unbegrenzt schnell sprinten, cool. Okay. Ja, okay, tot. Los. Warum können wir das nicht mitnehmen? Los. Ich muss ja Granaten abkochen, hast du noch was. Oh. Opie, 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 Opie. Schöne, das Ding. Warte, mal, halt. Wie geht das jetzt? Wenn wir in irgendeine Gegner in Positionen, dann springen wir mit L auf ihn, um ihn schnell auszuschalten. Also einfach L drücken, alles klar. Granaten abkochen, heißt natürlich gedrückt halten. Aber hier noch für eine Spinne. Hat er doppelt so viele Gegenstände. Gut. Takedown, verstecken, du kannst leichen. Okay, ja. Messerberufs-Takedown. Okay. Der interessiert mich natürlich auch mal mega. So, das war's. Aber ich bin jetzt hier noch... Nee, der kann sich erstmal... Ich möchte dieses Rennen euch noch präsentieren, sozusagen. Was ist das Rennen hin? Da hat er auch ein Rennen irgendwo. Da. Jason, die Rennen ist auf dieser Seite. Wo ist das Auto? Das ist kein Auto mehr. Ja. Die haben das Auto geklaut. Was ist denn da los? Ich wollte ja gerne so einen Weitsprung wie beim Mario 64 machen. Na ja. Willst du mal riskieren? Ja. Ich will riskieren halt da. Ja, das mache ich. Mal noch gleich auf Anfänger. Okay, dann muss man Geld bezahlen, wenn das ja doof. Hätte dich bereit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Achso. Ey, ich starte auf dem Ding, ohne dass es fährt. Und, äh, auf dem Ding. Nein, egal. WaveRace. Das war ein tolles Spiel. Doch, das Spiel mit dieser... Äh, ja lang, ja lang, nein. Das Spiel mit dieser Grafik? Könnte ich mir gut vorstellen bei WaveRace. Wow. Wohl. Es gibt ja WaveRace BlueStorm. Das hat schon bessere Grafik. Das sieht aber kacke aus, irgendwie. Aber wenn ich mir WaveRace 64 so angucke von früher. Ich muss es mal ein bisschen leiser machen, wenn ich hier mit euch erzähle. Äh, dann sieht das heute auch nicht mehr so gut aus. Aber es ist immer noch ein gutes Spiel bei WaveRace 64. Macht viel Bock. Allerdings nur mit OriginalInfairn60-Controller, muss ich ganz ehrlich sagen. Hui. Klar. Ja, easy oder was? Oh ne, fehlt noch eins. Hui. Das ist mein Bestes. Das ist mein Bestes. Möchtest du das Rennen neu starten? Ne. Okay. Alles klar, das Rennen war voll öde. Okay. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns im nächsten Part irgendwie gucken, dass wir an den Herrscher rankommen. Wie sieht denn hier auf der Karte ein Herrscher aus? Was ist das da? Pfad des Jägers Aufgabe. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen im nächsten Part dorthin. Machen wir mal so eine Pfad des Jägers Aufgabe. Jo. Also Leute. Macht's dir mal gut. Bis dahin und schausen.